Oh, Crazy Kick hört sich gut an. Aber wollen wir mal Rocket Hawk Race machen, Alter. Machen wir mal Hawk Race. Das ist so, da fährst du mit dem Auto rum, einer ist hinten so auf dem Geschütz und so und ist eigentlich nur so ein Automassaker. Das ist total bescheuert. Nee, dann lass das mal nicht machen. Doch, doch, lass das machen. Nein! Manche haben das voll gerne gespielt. Sorry, meine Freunde, das war jetzt mein Vote. Warum machst du das, Mann? Das wäre bestimmt lustig gewesen. Wir machen aber in diesem... Ja, let's play, wie ist dich denn? In dieser Serie machen wir auf jeden Fall noch einmal dieses scheiß Hawk Race, Mann. Ja, Mann. Ich will es auch unbedingt spielen. Das ist unscheißig, als ich damals mit Lenny, also mit dem Busy-Mann zusammen gespielt habe. Der hat das gehasst, deswegen habe ich da immer für gevotet. Das war ultra lustig. Niklas, da bist du wohl ein Community-Zerstörer. Oh, Mann. Mann. Der beste Spieler steht immer unten, das ist ja die Regel. Bei ihm steht einfach Boss. Ja, natürlich steht bei mir Boss. Das war aber schon viel schon so quasi voreingestellt. Was ist der Modus von Crazy Kings? Achso, so wie Stellung. Das ist die Stellung, ja. quasi King of the Hill. Okay, wir gehen Objective, okay? Ja. Hä? Bei mir hat es gerade irgendwie voll geleckt. Bei mir auch, Alter. Ich bin... Ich bin so voll erst mal zwei Sekunden gegen die Wand gelaufen, weil ich nichts mache. Die Waffe ist schon wieder so scheiße, die man hat am Anfang. Ja, deswegen spiele ich immer die Magnum. Ja, Lemmings 2010 hat mich geholt. Sag ich doch, der ist gefährlich, Alter. Muss mir ruhig mal glauben. Oh, das ist doch so ein dreckiger Camperpimmel, ne? Hätte ich mal am Anfang des Spiels schon wieder fast geholt, ne? Aber nein. Ergibt mir. Ergibt mir. Mit M8A1. Klassiker. So. So. Und herein in die Stellung. Naja, ich stecke ihn jetzt auch rein. Ich sag mal so, ich habe ihn heute auch schon bei einem oder anderen Slut reingesteckt. Oh. Da bist du nicht der Einzige. Einfach reinrennen, irgendwo hinschlagen und dabei kassieren. Ich komme nicht mit der Klasse klar, ne? Weil die Waffe zu scheiße ist. Ich finde immer keine... Das ist doch lächerlich. Ne, lass jetzt nicht ragen, Mann. Das ist doch eh alles Trustwaffern. Wir sind eh die schlechtesten Halo-Spieler aller Zeiten. Würde ich jetzt so nicht unterstreichen, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, wir sind schon die besten Halo-Spieler aller Zeiten. Ich habe mich natürlich versprochen. Ich sag mal so, ich habe mich versprochen, wie ein... Keine Ahnung. Und von den Deutschen die Nase gebrochen. Nein, 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 nein. Ich habe mich versprochen, wie... Leute, die versprochen werden, irgendwen zu heiraten, zum Beispiel. Das war krass, auf jeden Fall. Ich habe so eine scheiß Pistole in der Hand. Den hole ich damit jetzt aber. Ja, mit der Pistole da... Ja, okay. Ja, den habe ich geholt. Jetzt habe ich das schwer. Das ist snubig. Ich kriege hier nur die ganze Zeit so Unterstützung. Also ich kriege... Ich habe 0 zu 3. Ich habe noch nichts gemacht. Ich habe einen Punkt geholt. War noch keinen gekillt. I want to go... Go... Heute gibt es natürlich nur Unterhaltung. Das krasse Gameplay wird natürlich auch nebenbei noch geboten. So praktisch parallel dazu. Was? Ja, da hole ich ihn auch mal. Ah, er holt er ihn. Der Digga hätte es mal eher holen müssen. Er hat mich gesnipet, der Pimmel. Hat er den Trickshot gegeben, als er 180 Magic oder was? Ja, ja. Der hat schon hier so Magic und was weiß ich, wie das alles heißt. Magic the Gathering. Zum Beispiel. Doppelter Abschuss. Ja, moin Leute. Und dann bin ich sofort wieder tot. Ja, ich nehme das Schwert, will mich umdrehen erst... Ja, das ist doch... Das ist Jetpack, ne? Das macht mich so aggressiv. Stell dir vor, Call of Duty mit Jetpack, Mann. Liga, du lässt das Video auf deinem Kanal auch hoch, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall score wie in den Plays abonnieren. Link ist in der Videobeschreibung. Ganz oben, oder? Ganz oben steht das in der Videobeschreibung. Noch über der Videobeschreibung. Im Titel steht es quasi drin. So, ich würde es auch gerne mal in die Scheiß-Stellung gehen, Alter. Aber wir sind ja gerade schon wieder ganz easy im Gewinn, Alter. Liga, wie schnell regenerated er denn? Ey, das ist so lächerlich, dass ich da sterbe, mal. Ich bin so schlecht gerade, Alter. Wir hätten uns vielleicht mal vorher einspielen sollen. Nein. So ist es viel lustiger. Aber ich verstehe nicht, warum ich keine Stellung... Ach doch, jetzt... Ach, ich achte zu wenig aufs Radar. Jetzt habe ich wieder dieses Schwert. Oh, close out of the hell, Digger. Le, 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 let's go. Ja, konnte ich ja wenigstens noch etwas in Halo, Alter. Das habe ich ja... Du, das Schwert ist ja overpowered as fuck, Alter. Es gibt ja One-Hit. Ja, klar. Außer der Gegner schlägt im gleichen Moment wie du. Diese Standardwaffe ist so schlecht, ne? Du musst andere aufheben. Ja, ich finde aber keine anderen. Ja, das ist kritisch auf jeden Fall. Hier steht ein Geschütz. Dann müssen wir zur Stellung weggehen. Du bist doch vorbeigelaufen, Alter. Oh, ich komme nicht in die Stellung, Mann. Oh mein Gott, ey, ey. Guck mal, bei Deck aufs 2, da gucke ich die, ob ich in der Stellung bin oder nicht. Mir ist das scheißegal, Mann. Einmal die 200 Punkte absnacken, dann ist das eh... Aber ja, wir haben guten Spawn, wir haben wohl den Anker. Ja. Oh, jetzt, jetzt natz ich's aber gerade. Hier mit der Schrote, Alter, da kenn ich mich auch, so Remington und so. Naja. Wir sind ja auch Teil des hier Impact Halo-Up-Competitive-Teams. Naja. Das wäre so traurig, Alter. Das wäre so ultra traurig. Müssen wir eigentlich das davon wirklich machen, Alter. Wir sind schon krass, würde ich sagen. Naja, wir sind... Guck mal, wir rasieren. Digga, nein! Ich hatte Dinge, Alter, ich hatte Massaker. Fünferstreak. Er hat mir gerade richtig gegeben. Ich hatte gerade... Nein, oh mein Gott. Digga, ich hasse das, wie ich mich ignoriert, Alter. Ich hoffe, ihr sterbt, Alter, beim schweren Zugunglück. Wieso ignorieren wir dich? Ich habe mich gerade voll gefeiert, Mann. Ihr hättet mitfeiern müssen. Ja, oh, ich habe den Fünferstreak. Blutrinsteak. Hattest du noch nicht? Mann, dieser Ninja-Scheiß-Move, der fuckt mich übel ab, Mann. Ja, was ist das denn? Achso, er ist... Ah, das ist... Er ist schrote. Ach komm, das war ganz klar mein Kill. Ja. Immer wenn ich in der Stellung ankomme, ist die Stellung wieder weg. Wie? Zum? Ne. Egal, wie wir führen, aber fass mit, äh... Wo spawnt denn die nächste Stellung? Ey, ich hasse es, Mann. Ihr seht hier Halo auf oberstem Niveau, weil ich möchte euch nochmal dazu sagen. Ich meine, dass ich den hier nicht bekomme, ist einfach nur gut von mir, weil ich wusste natürlich, wo ich jetzt natürlich spawne. Und zwar in der Nähe der Stellung. Oh! Sniper-Skills hier. Ich bleibe jetzt mal so ein bisschen passiv quasi hier. So, ich bin in der Stellung. Ich will ja nicht pushen. Mal gucken, wie lange. Ich renne weg, Mann. Dieser Ninja-Move! Ich hab sie in ein paar... Ach komm, Hundesungen. Oh mein Gott. Wir haben doch einen dickeren Vorsprung. Ey, ich komm nicht zur Stellung, ne. Weil diese Waffe so schlecht ist. Und ich finde keine anderen. Er war No-Shield und ich krieg ihn nicht. Aber solche Begriffe kenne ich schon. Ist schon krass, oder? Auf jeden Fall. Bist du schon hart ausgebildet. Ja, es liegt einfach... Sag mal so, ich bin ausgebildet wie mein Bizeps. Ja, dieser Ninja-Move, ne. Oh, fuck. Hast du das gesehen mal, wie ich mit den Tänzchen getanzt hab? Jungs, der Sinn von dem Modus ist, in die Stellung reinzugehen. Ja, ich komm da nicht hin. Also ich versage gerade so richtig. Aber das tut mir natürlich nicht leid. Aber die zweite Runde ist ganz gut bei mir eigentlich. Also, sag ich mal zumindest, anguckbar. Handschaubar. Keine Ahnung. Meine erste war halt krass. Meine erste war richtig scheiße. Ich komm nirgendwo hin, ne? Ich sterb nur noch. Jetzt hab ich 10er Deathstreet oder so. Alter, jetzt übertreiben sie aber. Jetzt snipet er mich, ja? Mann, Mann, Mann. Ich geh nur auf Stellung. Ich geh gar nicht mehr auf Kills, Alter. Das passt gar nicht zu mir. Dieser Ninja-Move! Oh, Digga, das fuckt echt ab. Aber, Digga, man merkt, wie du auf die Stellung gehst mit deinen 9 Punkten. Ich geh immer hin, aber ich komm ja nicht rein. Ist so wie im Club am Wochenende. Sag auch, du siehst zu gefährlich aus. Ja, kenn ich. Ich bin auch Breithalser Türsteher, doch komm in keine Disco rein. Mann, das regt mich so auf, Mann. Dieser scheiße Move, wo die einen von hinten um an hinten. Oh mein Gott, mit dem scheiß Schwert, Mann. So, jetzt hab ich ja wieder... Oh, komm, das ist so OP-Shit, Mann. So, der Boss ist im Hügel, meine Freunde. Ja, stimmt. Jetzt nicht mehr. Ja, der... Es ist so lächerlich, Alter, dieser Scheiß, Mann. Digga, ich hab auch gerade keinen Aim, Alter. Ich schieß gar nicht mehr auf Gegner. Ich lauf nur auf zur Stellung. Wo ist denn die Stellung? Achso, dann. Komm, wir nehmen jetzt mal ein bisschen die Stellung. Oh, ich glaub, ich weiß das Teamkill. Was, ich hab dich fast getötet. Mann, ich bin aber auch wirklich immer tot, bevor ich in der Stellung bin. Ja, ich hab, glaube ich, jetzt ein paar Punkte geholt. Ja, 15 Punkte hab ich jetzt schon. Niklas hat seinen magieren. Fünf Punkten ist natürlich hier der Schwachpunkt des Teams. Ey, Digga! Vielleicht sollten wir ihn einfach droppen. Guck dir das mal an. Ich werd immer... Bevor ich in der Stellung bin, werd ich überhaupt gekillt schon. Ich glaub, wir sollten Niklas gegen Lemmings 2010 austauschen. Würde ich auch ganz gerne mitnehmen ins Team, ja. Ohne Scheiß, Mann. Das könnte ich echt verstehen, ne. So, jetzt kontrollieren wir die Stellung. Oh, jetzt hier zu dritt rein. Oh, jetzt haben sie keine Chance, Mann. Das war's jetzt. Oh, ich werd gesnipet. Der snipet auf uns. Hinter den Stein, hinter den Stein. Ich springe eh nur hin und her mit meinem SCUF-Controller, den ich nicht hab. Oh Gott. Ja, hinter den Steins, allerdings wirklich. Jetzt holen wir uns aber die Punkte, ja. Die Stellung ist weg, ne? Ja. Hast du mich angehört zu lappen? Hä? Er hat mich gesnipet von da hinten wieder. Diese Standardwaffe. Kann es sein, dass man mit der Standardwaffe da nicht einmal ein ganz Magazin trifft, den Gegner tötet? Der sollte an sich, glaub ich, reichen, doch. Wenn du das ganze Magazin triffst, dann... Aber ich schwöre, ich treffe immer. Aber es... Manchmal bringt's nichts, Alter. Komm, wir geben ihm jetzt richtig Contra, jeder. Ja, rechts kommt einer. Pass auf, links. Links, oh mein Gott, mit der Pump. Ab ihn. Der muss auch noch sterben, komm. Fuck. Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall Halo-Action vom Feinsten hier, ja? Muss man auf jeden Fall... Geladene Spannung auf jeden Fall. Hören wir noch? Ja. Ja, ich hab mich mal eine Granate so hart angefragt und er gibt mir wieder noch 10 Sekunden. Ja, das Ding haben wir im Sack, Jungs. Das Ding haben wir im Sack. Ja, ganz easy wieder. Ein neuter Sieg für das Team mit drei Legenden. Deswegen nennt man uns ja... Man nennt uns ja nicht Legenden, weil wir viele Kills machen, sondern weil wir halt jedes Spiel gewinnen. Lol. Darum geht's ja auch quasi. Eben, eben, hier. Warte mal, wer steht wieder ganz oben? Ich will ja nicht pushen. Der größte Geier halt, ne? Oder der größte Boss. Kommt drauf an, wie man's definiert. Ich definier's so wie mein Sixpack. Ja. Also ich würde mal behaupten, wieder der Sieg und das ist ganz klar. Und diese Runde muss ich auch nicht auf meine Statistiken gucken, weil ich weiß, wie gut sie sind. Ich glaube, für uns wird's eng, wenn sowas wie Slayer oder so kommt. Ne, ne, da fokussieren wir uns dann ja auf die Kills. Das ist ja eine ganz andere Sache. Ja. Oh, man.